Herzlich Willkommen hier zu 3Core. Ich bin euer Floschium und präsentiere euch das Let's Play mit dem Game Need for Speed Most Wanted und dem Part 54. Ja, da vorne ist auch Polizei. Langsam weiter. Da vorne ist auch schon das nächste Rennen für uns. Radarfalle. Von dort darunter kein Problem. Oh, da fällt noch mal ein Zitio an. Ja, drehe mich von der Straße los. Zeig's mir. Nö. Ja, drehe mich von der Straße los. 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 Ja, Vollspeed Wäre schöner gewesen, wenn es 341 gewesen wäre Ist aber nicht so schlimm Ja, das war nicht gut Diese scheiß blöden Wassertonnen an den Ecken 70% der Strecke sind geschafft Die Strecke sind die Strecke sind die Strecke 91% der Strecke sind die Strecke sind die Strecke Ich habe gewonnen Flying horse Dort sind wir Und die nächsten Rennen sind da drüben Und dann wollen wir mal Und dann wollen wir mal Hier geht's Hier geht's Ah, Shit Das ist genau Hier geht's Das ist genau viel weiter Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will nur hoffen, dass die Polizei nicht kommt. Ansonsten muss ich den hier irgendwie klapp machen, bevor der ist außerhalb. Das war's für heute. Ja, 72% der Strecke sind schon hinter uns. Noch ein Viertel der Strecke zu vorn. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay. Ok... 10h92... Nicht gut. Ich kann das nicht machen, das ist geregelt. Achtung, alle Einheiten. Mögliche Code 6 Fahrzeuge wurden gemeldet in westlicher Richtung. Ja, in westlicher Richtung, auf dem Highway 201. Einheiten im Zielgebiet bitte melden. Somit bin ich noch wieder Erster hier. Ich habe das Rennen geschafft. Die Karte gucken. Da haben wir aber schon Meilenstein. Da können wir doch einmal durchziehen. Mal den Karte gucken. Ich bin zu langsam gewesen dank dem behinderten Mercedes-Fahrer. Dann wollen wir von der Seite hier und zurück. Heute ist ein bisschen viel Verkehr hier. Geschafft! Dort sind wir, dann fahren wir dort runter. Das war's vom Part 54, weiter geht's hier mit 55.